Musik 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 Was geht ab Freunde und willkommen Willkommen zurück auf meinem Kanal, heute ja mit einer besonderen Folge, wir nehmen nämlich auch dran teil, wie alle anderen auch umpredikten ein bisschen die Europameisterschaft in diesem Jahr, dafür bin ich auf die Seite vom Kicker gegangen mit dem Turnierrechner und ja dann gucken wir mal was wir so rauskriegen, ob wir vielleicht am Ende richtig liegen, ich glaube zwar nicht, das letzte Mal bei der Europameisterschaft ließ nicht so gut, da habe ich nämlich den Europameister einfach rausgetippt gegen, Belgien hatte aber damals auch gesagt, dass der Sieger davon das Spiel am Ende gewinnen wird, hatte recht, kam nämlich Italien gegen Belgien, Italien hat aber gewonnen, ich hatte Belgien dann weitergetippt, naja, vielleicht läuft es in diesem Jahr ein bisschen besser, wenn ihr solche Videos oder auch andere Videos gerne öfter sehen wollt, dann gerne auch ein Like da lassen oder auch gerne abonnieren und natürlich die Glocke aktivieren und auch gerne einen Kommentar für den Algorithmus rein, das würde mich super unterstützen, weil wir peilen immer noch die 30 Abonnenten an, ist nicht mehr so weit, deswegen, aber ohne jetzt lange rumzureden, fangen wir einfach mal an, wir starten mit der deutschen Gruppe, die ja heute auch anfängt, die deutsche Nationalmannschaft, heute gegen Schottland unterwegs in München, ich gehe da auch relativ solide mit, die Ergebnisse sind erstmal relativ wumpe, wir gehen jetzt erstmal nur nach der Tabelle, ja, Gruppendritte, wenn da jetzt irgendwie was ist, was ich nicht glaube, dann werde ich es natürlich noch ändern, ich sage aber, die deutschen gewinnen auf jeden Fall heute gegen Schottland, ob jetzt zu Null oder nicht, lassen wir mal erstmal außen vor, dann haben wir morgen die Schweiz gegen Ungarn und da sage ich, dass die Schweiz sich durchsetzen wird, auch wenn die Ungarn gar nicht so schlecht sind, muss ich ganz ehrlich sagen, sie haben ja beim letzten Testspiel gegen, also beim Testspiel gegen uns haben sie ja relativ gut gespielt und haben ja auch gewonnen, deswegen bin ich da auch gespannt, deswegen sage ich auch, dass wir gegen die Ungarn auch wieder, wie bei der letzten Europameisterschaft, nicht so wirklich unsere, also es wird nicht einfach für uns, deswegen tippe ich da auch nur ein Unentschieden gegen die Ungarn, hoffen natürlich auf mehr, aber ja, ich sage, das wird nur ein Unentschieden, währenddessen wird die Schweiz auch Schottland schlagen, ich glaube Schottland hat hier den schwierigsten Standpunkt, aber, und das werde ich auch sagen, dass die Ungarn ihr Spiel gegen Schottland gewinnen werden, und wir werden unser Ding machen gegen die Schweiz und ziehen dann damit als Gruppenerster in die K.O.-Runde ein, die Schweiz auf der 2, die Ungarn auf der 3 und die Schotten auf der 4. Ja, dann sind wir auch schon in der Gruppe B und da haben wir unsere Todesgruppe, ja, Spanien als dreifacher Europameister, Kroatien als dritter bei der letzten WM und dritter bei der vorletzten, äh, und zweiter bei der vorletzten WM und Italien als Europameister, die aber ein bisschen, ja, wie soll man es sagen, Schwierigkeiten haben oder hatten, ähm, deswegen sehr interessant, Standort natürlich Albanien, die darf man nicht vergessen, die hier einfach die letzte, äh, die hier fast unbesiegt durch die Gruppenphase gegangen sind, nur eine Niederlage, die war gegen Polen, erster Spieltag, danach haben die alles gewonnen in der Quali, also, Respekt an der Leistung, tut mir auch so ein bisschen leid, dass die in der Gruppe gelandet sind. Fangen wir mal an, Spanien gegen Kroatien, da sage ich, dass die Kroaten ihr Ding machen werden, gewinnen gegen die Spanier, genauso wie die Italiener, die Albaner schlagen werden, es wird wahrscheinlich knapp werden in beiden Spielen, wir hatten das Duell, ja, Spanien gegen Kroatien, ja, letztes Mal bei der Europameisterschaft, da ging es 5 zu 3 aus nach Verlängerung, also sehr unterhaltsame Partie, wer sie damals verpasst hat, tut mir wirklich leid, an der Stelle, zum Glück gibt es ja heutzutage YouTube, da kann man sich das alles nochmal angucken, ähm, nein, Spaß, ähm, ja, und die Italiener, die werden es, glaube ich, schwer haben gegen Albanien, in Albanien war ja das letzte Mal 2016 dabei und da haben sie auch die Franzosen fast zur Weißglück gebracht, bis dann Antoine Griezmann, äh, sein Tor machen konnte, irgendwann kurz vorm Ende der Partie und Dimitri Payet auch noch das 2 zu 0, aber sonst waren die Albaner wirklich, ja, schwierig zu knacken. Äh, Kroatien gegen Albanien, tippe ich aber auch, dass die Kroaten ihr Ding machen werden, die Albaner werden aber wahrscheinlich auch ein Tor machen, also ich glaube jetzt nicht, dass sie gar kein Tor machen werden, aber ich glaube, dass Albanien das Spiel nicht gewinnen wird, äh, während die Spanier und die Italiener, und da, sage ich ehrlich, wird es ein Unentschieden geben, glaube ich, zwischen den beiden, äh, ich sehe beide nicht wirklich so stark dieses Jahr, wie sie jetzt bei der letzten Europameisterschaft waren, deswegen, ähm, ja, sage ich, dass es da ein Unentschieden gibt, Italien eh relativ underrated, glaube ich, unterwegs, auch als, äh, Champions, das wäre ja, die Kroaten wären also dann damit schon durch, würden sich ein bisschen auf die faule Haut legen und auch da sage ich, das ist ein Unentschieden, das, äh, das, äh, auch da werde ich sagen, dass die, äh, trotz alledem die Kroaten ihr Spiel gegen die Italien gewinnen werden und die Spanier ihr, ihr, ihr Spiel, ihr Spiel spielen und ihr Spiel auch gewinnen werden gegen Albanien. Was wir dann zur Konstellation bringen, dass Kroatien Tabellenführer ist, Spanien und die Italien dann so ein bisschen auf Platz zwei oder Platz zwei, drei sind und die Albaner dann halt raus sind, die, äh, nach der Gruppenphase, ich glaube da nicht an ein Wunder, deshalb bin ich ehrlich und, äh, ja, kann gerne Wunder geben, aber dann bitte nicht, äh, aber dann bitte nicht Italien raus, dann kann gerne Spanien raus, die haben uns eben beim letzten Europa, bei der letzten Weltmeisterschaft weggehauen, dann können gerne die Spanier einmal einpacken gehen. Kommen wir zur Gruppe C, ich glaube, ja, zu der Gruppe, sehr schwierig, wirklich, ich glaube, Slowenien, Serbien, England, Dänemark, klarer Favorit, natürlich die Engländer, brauchen wir gar nicht zu diskutieren, erstes Spiel, Dänemark, bis im Halbfinale, bis ins Halbfinale gekommen das letzte Mal, da sehr unglücklich gegen England rausgeflogen, äh, bei der Weltmeisterschaft war es wirklich gar nichts, deswegen sage ich auch, wird es sehr schwierig gegen Slowenien, glaube aber trotzdem, dass die Dänen sich durchsetzen werden. Serbien gegen England, äh, ja, auch da sehe ich relativ einfache Sache, dass die Engländer das machen werden, ob sie es jetzt hoch gewinnen oder ob sie es knapp gestalten, das weiß ich nicht, aber ich gehe von aus, dass die Engländer ihr Spiel gewinnen werden. Die Serben spielen dann gegen die Slowenen und da glaube ich auch, dass die Serben ihr Ding machen werden, äh, das zweite Spiel gewinnen, äh, während die Dänen gegen England wieder den kürzeren ziehen und ihr Spiel auch verlieren werden gegen die, äh, starken Engländer. Ja, um das gleich mal rund zu machen, die Engländer gehen hier bei mir flawless durch, also vielleicht mit dem Gegentor, vielleicht auch nicht, aber sie gehen auf jeden Fall flawless durch, während die Serben und die Dänen, äh, ja, da sage ich, dass die Serben die Dänen schlagen werden und am Ende den Platz zwei sich holen. Dänemark, schwierig einzuschätzen, vor allem, weil sie so schwach waren, äh, bei der letzten Weltmeisterschaft, bei den Testspielen haben sie mich auch nicht so überzeugt, sage ich, bin ich ehrlich, ähm, mal gucken, was sie so bringen, aber, äh, ich würde die Serben tatsächlich als stärker einschätzen als die Dänen. Joa, Gruppe D, was soll man dazu sagen? Ich glaube, die Favoritenrollen sind hier klar verteilt, ähm, sehr, sehr schwierige Gruppe für die Österreicher, ähm, die ja mit sehr viel Verletzungspech haben, aber auch sehr, 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 sehr schwierige Gruppe für die Polen, äh, die ja mit Lewandowski ja zumindestens am ersten Spieltag zumindestens die, äh, wertvollsten Spieler auf jeden Fall nicht dabei haben am ersten Spieltag. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das kompensieren wollen, ähm, aber Frenkie de Jong fällt ja bei den Niederländern aus, aber ich sage trotzdem, dass die Niederländer ihr Spiel gewinnen werden, haben eine sehr, sehr starke Mannschaft, sehr viele junge Spieler, sehr viele, ja, erfahrene Spieler, deswegen, klare Sache, Frankreich macht ihr Ding gegen Österreich, ich tut mir leid an die Österreicher, da wird nichts gehen aus meiner Sicht. Polen, äh, Österreich wird sehr interessant, ich glaube aber nicht, dass sich das, äh, wirklich lohnt sich, dieses Spiel anzugucken, ich weiß nicht, vielleicht wird es ja ein richtiger Hammer und es geht 3-3 oder so aus, aber ich sage, die spielen unentschieden, während die Franzosen ihr Ding gegen die Niederlande machen werden und, äh, gewinnen werden. Und, ähm, ja, dann hat eigentlich er ja noch die Chance, aber ich gehe von, ich sage, bin ehrlich, die Österreicher werden das Ding nicht gewinnen und die Franzosen knacken auch die Polen und, ähm, ja, sind am Ende dann, ähm, Gruppenerster mit 9 Punkten, die Niederländer 6 Punkte und Österreich und Polen, so gut wie ich sage, sind, werden beide das, äh, wahrscheinlich nicht schaffen und rausfliegen. Ja, schon sind wir in der schwächsten Gruppe angelangt, also, das ist für mich, tatsächlich die schwächste Gruppe in der ganzen Europameisterschaft, es wäre da Albanien drin gelandet, hätte ich gesagt, Albanien, gute Möglichkeiten, täuscht gerne Rumänien, Slovakai, ähm, einmal aus, Albanien rein, hätte ich gesagt, boah, klare Möglichkeit, ähm, da drin, so, ja, ist es für mich sehr, sehr schwierig, ich tippe aber, dass die Ukraine ihr Spiel gewinnen wird, sehr starke Mannschaft, haben sich gut in der WR, in der EM-Playoffs durchgesetzt, haben ein sehr, haben ein solides Testspiel gegen Deutschland gemacht, ähm, deswegen glaube ich, dass die Rumänien schlagen werden, wie gesagt, das ist ja, äh, äh, eh, so eine Sache, wie das dann ausgeht, die Belgier werden die Slovakai schlagen, ich sehe da, äh, schwierig, dass die Slovakai das gewinnen wird, trotz alledem sage ich, dass die Slovakai sich einen Punkt holen wird gegen die Ukraine, das ist ein sehr ausgeglichenes Spiel, ähm, Slovakai auch so ein bisschen, ja, ja, vielleicht in den letzten Momenten ihrer Generation, viele Spieler ja nicht mehr dabei, aber es gibt halt noch ein paar alte Houdegen, die dabei sind, mal gucken an der Stelle, ich glaube, gegen die Ukraine könnte es sogar einen Punkt geben, äh, die Belgier hingegen werden ihr Ding machen, machen da auch die sechs voll, ähm, während, äh, wie gesagt, die, äh, die Slovakai hier sich auch gegen Rumänien wahrscheinlich auch nicht so durchsetzt, also tatsächlich gehe ich da auch auf ein 2 zu 2, auf ein 1 zu 1 unentschieden, ähm, während die Ukraine, und da bin ich ehrlich, die Gruppe gewinnen wird gegen die Belgier und damit hätten wir eine Gruppe, in der Ukraine und Belgien weiter kommen, die Slovakai auf der 3 und die Rumänen auf der 4. Slovakai, wer bei meiner letzten Prediction dabei war, die hatte ich ja damals gegen die Polen tatsächlich weiter getippt, äh, die auch, äh, richtig getippt sogar, aber, ja, auch da haben sie es verballert in den letzten Momenten, weil sie einfach gegen Spanien irgendwie, keine Ahnung, was sie damals gemacht haben, man weiß es nicht. Wir können uns, glaube ich, alle noch an dieses wunderbare Eigentor von Dufranca erinnern, wo er sich den Ball halt selber ins Tor reingelegt hat, deswegen tippe ich, dass es sehr schwierig wird für die Slowakei in der Gruppe und natürlich auch für Rumänien. Ja, Gruppe F, ja, ich glaube, die Türken würden es am meisten freuen, in dieser Gruppe gelandet zu sein. Äh, die Tschechen erwischen schon wieder die Türkei, ich weiß nicht, die haben so ein Abo gebucht bei den Europameisterschaften, wenn die Türkei dabei ist, dann sind wir mit denen in einer Gruppe, außer beim letzten Mal, aber sonst, 2008, Tschechen raus gegen die Türkei, 2012, äh, waren sie, war die Türkei ja nicht dabei, äh, die Tschechen auch nicht, äh, dann hat's, äh, am Ende 2016, haben die Türken die Tschechen rausgenietet, also, und beim letzten Mal haben die Tschechen zum Glück die Türkei nicht erwischt und jetzt sind sie wieder mit der Türkei drin. Also ihr merkt schon immer ein Jahr Pause, vier Jahre Pause und dann haben wir wieder die Türken in unserer Gruppe so ungefähr, also bin ich mal sehr gespannt, äh, um darauf hinaus zu kommen, die Türken werden ihr Ding gewinnen gegen Georgien, EM-Neuling, aber was haben sie denn außer, also ich bin ehrlich, ich, 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 ich kenne keinen Spieler außer Quarasquilla und Malajashvili, also mehr kenne ich tatsächlich nicht bei den Georgiern, deswegen keine Ahnung, ähm, deswegen setze ich die auch nicht so stark ein. Es ist auf jeden Fall cool, dass mal so ein Landwieder dabei ist, aber ich glaube, die Türken werden ihr Ding machen, genau wie Cristiano Ronaldo und Portugal, die ja der klare Favorit in der Gruppe sind, ich glaube, da können wir das uns auch einfach mal sparen, weil ich sage nämlich, dass die Portugiesen hier einmal ohne Probleme, ähm, mit neun Punkten durchmarschieren werden, äh, die Tschechen, ich glaube, die auf jeden Fall haben Sieg gegen Georgien und dann werde ich, bin ich jetzt ganz, ganz, ganz tief, aber ich sage, die spielen unentschieden gegen die Türkei, ähm, das würde ja am Ende trotzdem, glaube ich, für die Türkei und für Tschechien reichen, äh, deswegen meine Sache, dass die Portugiesen sich da locker durchsetzen gegen die drei anderen und dann wird sich da ausgemacht zwischen Platz 2 bis 4, äh, wo ich halt sage, dass die Türkei und die Tschechen das schaffen. Genau, dann gehen wir ab ins Achtelfinale und ihr seht schon, also von den Gruppendritten haben wir hier einmal Ungarn da vertreten, wir haben die Dänen doch dabei, wir haben die, ähm, Tschechen dabei und wir haben auch die Italiener dabei, das heißt, diese Konstellation ungefähr, ähm, deswegen, ähm, erwischen aus meiner Sicht Achtelfinale, hätten wir das erste Achtelfinale, ähm, beziehungsweise Achtelfinale 3 wäre das dann hier, äh, lassen die Kroaten nicht mit sich reden, glaube ich, dass, wenn die das gegen, also sage ich ehrlich, dass die Kroaten sich da dann durchsetzen würden gegen Ungarn, während die Deutschen auch sich durchsetzen gegen Serbien, also da schätze ich uns schon ein bisschen stärker ein, als die Serben, ähm, auch wenn die Serben schon talentierte Spiele haben, aber halt auch, ja gut, obwohl die sind eigentlich wie wir, die haben ganz viel Müllkippe und ganz viel, äh, talentierte Spieler, äh, die dabei sind, also, schwierig, aber, äh, glaube trotzdem, dass die Deutschen sich da durchsetzen würden und dann würden wir gegen Kroatien spielen im Viertelfinale, auch mal wieder eine interessante Partie, ich glaube, das gab es vor langem nicht mehr, dass wir gegen Kroatien gespielt haben, 98 oder so, KP. Äh, die Portugiesen, die machen auf jeden Fall ihr Ding gegen Dänemark, da brauchen wir gar nicht zu diskutieren, dann hätten wir mal ein sehr gutes Matchup, ähm, Belgien, äh, Belgien gegen die Niederlande, ähm, da würde ich aber tatsächlich trotzdem die Niederländer stärker sehen und, äh, würde die Belgier dann einmal über den Jordan schicken, in Anführungsstrichen, äh, die Ukraine gegen Italien, jetzt würden viele sagen, boah, hier, Ukraine gegen Italien, ne, wir hatten das ja alle schon, ne, wir können uns erinnern, 0 zu 0, gerade so die Italiener sich da irgendwie rausbukziert, ich tippe, dass die Italiener ihr Ding machen und am Ende, äh, das Spiel gewinnen werden, wenn sie gegen die Ukraine dann kommen sollten, weil in der Gruppe B ist eh alles möglich, also, da bin ich euch ganz ehrlich, da ist eh alles drin, ja, Stickschicht Türkei, wenn sie gegen Frankreich kommen, dann, jo, dann gibt's da, keine Ahnung, Armageddon, ich glaube nicht, dass die Franzosen sich gegen Kürtai rausfliegen lassen, obwohl ich die Franzosen eh, bin ich eh gespannt, wie sie sich verhalten werden, bei der letzten Europameisterschaft war es schon fast an Überheblichkeit nicht mehr zu überbieten, wie sie sich dargestellt haben, ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie es jetzt machen, aber wenn sie gegen die Türkei kommen, sehe ich die Franzosen klar als stärkere Mannschaft an, ist vielleicht ein bisschen nicht, nicht wirklich, ist nicht überraschend, das, das, glaube, jeder würde das sagen, außer vielleicht, äh, die Türken, ähm, aber ich glaube schon, dass die Franzosen das dann machen werden. England-Tschechien, glaube ich, würde sogar eine knappe Partie werden zwischen den beiden, ähm, ich glaube aber trotzdem, dass die Engländer ihr, äh, Ding machen und gewinnen werden. Spanien-Schweiz, und da bin ich euch ganz ehrlich, ich hau die Schweiz weiter, weil ich finde die Schweiz an sich stärker als die Spanier. Warum? Ganz einfach, weil die Schweiz weniger zu verlieren hat. Ja, sie sind bei der letzten Europameisterschaft, ihr könnt uns, ich weiß nicht, ihr könnt euch vielleicht an dieses Elfmeterschießen erinnern, an dieses tragische Elfmeterschießen, an alle einen RIP, die dieses Elfmeterschießen sich angucken mussten oder mitgezwittert haben, weil man Schweizer oder Spanier war. Ähm, ich fand's sehr lustig als neutraler Zuschauer, hä, 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 aber, ähm, ja, ich glaube, diesmal setze ich die Schweiz durch, ich glaube, die Schweiz an sich überhaupt eine sehr gute Mannschaft, hat ja, haben ja auch mit Kranichaka einen, äh, deutschen Meister in der Mannschaft, sie haben sehr, sehr starke Keeper, ähm, ja, gleich ein bisschen Sturm, muss mal gucken, aber ich glaube, dass die Schweiz schon, äh, Spanien rausschlagen könnte, ähm, das sollte gar kein Problem sein, und, äh, an alle Eintracht-Fans, ne, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist Harris Seferovic dabei? Ich weiß es nicht, wäre natürlich geil für die Eintracht-Fans an der Stelle. Ähm, ja, kommen wir zu dem Viertelfinal-Team, ähm, keine großen, ähm, ja, Aufreger vielleicht außer die Schweiz, äh, ja, Viertelfinale würde ich, bin ich ehrlich, sage ich euch ehrlich, Kroatien gegen Deutschland gewinnt Kroatien, äh, die Mannschaft, ähm, die uns 98 schon ins Loch gestoßen hat, schubst uns dann nochmal ins Loch, ähm, ich glaube an sich, dass der Weg für Deutschland schon relativ einfach ist, wenn wir als Gruppenerster durch die Gruppe kommen, aber Kroatien, äh, finde ich persönlich von der Mannschaft her, ähm, ja, ein Ticken stärker als uns, äh, vor allem weil Julian Nagelsmann eh, ich weiß, ich bin eh jetzt nicht gerade der größte Fan von ihm, tatsächlich sollte er den Pott holen, schön, aber, ähm, ja, ich bin jetzt nicht so jemand, wo ich sage, ähm, ich stehe dahinter, wie die Nationalmannschaft aufgestellt ist, es gibt da für mich viele Spieler, ähm, die auch nicht mitfahren und auch viele Spieler, die in der zweiten Reihe stehen, die ich mir schon gerne wünschen würde von Anfang an, bin ja mal gespannt, wie ihr heute Abend spielt, aber, ja, äh, schwierig in dem Fall, aber ich würde sagen, die Kroaten setzen sich gegen Deutschland durch, in dem Fall. Portugal, Niederlande, äh, ja, sorry an die Niederländer, aber da sage ich, die Portugiesen sind stark wirklich diese, diese, sie haben nicht mehr, nicht mehr, es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, sie haben nur Ronaldo und sie können nicht ohne Ronaldo spielen, äh, wir haben, glaube ich, wieder, wir haben, ich meine, Ronaldo ist, glaube ich, jetzt fast 40 Jahre alt und der Typ zerlegt trotzdem, also, was der auch wieder abgerissen hat gegen, im letzten Testspiel, überragend und trotz, was sie als Mannschaft drumherum gebaut haben, um ihn herum ist schon sehr, sehr stark, ich glaube, dass Portugal da auch bis ins Halbfinale kommen kann. Italien gegen Frankreich und da kommt für mich der Punkt, wo für den Europameister dann auch Schluss ist, Frankreich wird Italien besiegen, ich glaube, da habe ich keinen Zweifel dran, würde mir natürlich auch wehtun für die Italiener, würde mir natürlich, wenn dieses Halbviertelfinale kommen sollte, wäre ich sogar für Italien, ähm, aber, äh, Frankreich ist, glaube ich, eine Nummer zu groß für die Italiener aktuell, ne, also, bei der letzten Europameisterschaft nein, aber bei dieser Europameisterschaft, ja, eine Nummer zu groß. Ja, und der Schweizer Run wird auch besiegt, dann in der Hinsicht, dass die Engländer sich dann durchsetzen und wir dann ein Matchup haben im Halbfinale, das sich dann so durchzieht, also, wir haben Kroatien gegen Portugal und Frankreich gegen England und das sind für mich auch so aktuell wirklich die stärksten europäischen Länder, ähm, die wir haben. Ähm, Kroatien hat es oft genug bewiesen, ähm, auch wenn man, ja, sich, ja, viele, viele, viele unterschätzen Kroatien immer noch, glaube ich, weil man so denkt, boah, ja, die haben ja nur Luka Modric oder sowas oder hier, keine Ahnung, Livakovic vielleicht als Torhüter oder sowas, aber die unterschätzt man echt, also, ähm, das hat man auch gesehen, ich meine, die sind nicht umsonst wieder bis im Halbfinale gewesen bei der, äh, Weltmeisterschaft und sind halt nun mal dann am Ende gegen Argentinien rausgeflogen, gegen den Weltmeister am Ende, äh, äh, des Turniers, also, das hat, das ist schon, das hat schon eine Aussagekraft und auch, ähm, ihre, ähm, Gruppenphase war jetzt nicht so, dass man sagen kann, boah, die waren irgendwie komplett auf den Kopf gefallen oder so. Ähm, trotzdem sage ich, im Halbfinale ist dann für die Kroaten leider Schluss, das heißt tatsächlich, ja, ich tippe Cristiano Ronaldo ins Finale, ähm, ähm, und, äh, nein, nicht gegen Kian Papé, sondern gegen Jude Bellingham und England, äh, ja, ich tippe, dass England das wieder ins Finale schaffen wird, ähm, ähm, ich finde, die Engländer sind eine sehr, sehr gute Mannschaft, äh, äh, auch wenn viel zu Hause geblieben ist, wo ich auch geschluckt habe, also wirklich, wo ich gesagt habe, boah, Jack Kühlig zu Hause zu lassen, da hab ich mir aber mal die Stats angeguckt von Jack Kühlig in dieser Saison, hab mir so gedacht, okay, so falsch liegt der Trainer am Ende auch nicht, äh, ich hab auch ein bisschen geschluckt, wo es hieß, ja, Crystal Palace ist die, es ist das Team, was die englische Nationalmannschaft, wo die Engländer am meisten spielen, also die Spieler, die dabei sind, die meisten Spieler spielen bei Crystal Palace, hab ich so gedacht, okay, auch sehr, aber sie haben echt gute Spieler, Co-Palmer, überragende Saison, Jude Bellingham, glaube ich, brauchen wir gar nicht so diskutieren, erste Saison mit Real Madrid komplett eskaliert, äh, Champions League geholt, Ligatitel geholt, also wirklich Respekt an der Stelle, ähm, ja, äh, Torhüterproblem, ähm, ja, haben sie, aber, äh, Pickford oder, äh, äh, Ben Pickford spielt, ist, ist, ist einfach, äh, bei England was anderes, als wenn er bei Everton spielt, die Abwehr finde ich sehr, sehr gut, äh, dieses Jahr auch für mich besser als beim letzten Turnier, das Mittelfeld ist super gestellt, äh, haben sie genug Auswahl und Harry Kane, ich glaube, der hat auch bewiesen, ähm, was er kann und ich glaube, deswegen, wenn sie sich durchsetzen, Frankreich, ja, es ist ein 50-50-Spiel, sag ich ehrlich, Frankreich gegen England, da kann jeder gewinnen, Frankreich, glaube ich, brauchen wir nicht zu diskutieren, was die für eine geile Mannschaft haben, aber das ist halt wirklich so ein 50-50-Spiel, ja, und, ja, im Finale für mich dann am Ende Portugal gegen England und das Spiel, ja, sag ich, gewinnen die Engländer, also, das heißt, England wird in Deutschland Europameister, äh, zum allerersten Mal, glaube ich, ich glaube, England hat noch nicht die Europameisterschaft gewonnen, tatsächlich, also, diesmal schaffen sie es, ähm, weil gegen Portugal, schätze ich, die Engländer tatsächlich stärker ein, obwohl ich glaube, das wird ein sehr, sehr interessant, würde ein sehr, sehr interessantes Finale sein, ähm, wo auch dann vielleicht CR7 auch diesmal spielen kann und sich nicht irgendwie nach zwölf Minuten verletzt, aber ich glaube, England wird sich das Ding holen, auch, äh, in der Hinsicht natürlich durch einen Jude Bellingham, der überrangend im Moment unterwegs ist und für mich mit Vinny Junior der klare Favorit auf dem Ballon d'Or ist, ähm, wenn ich ihn nicht sogar über Vinny stellen würde, einfach, weil der Mann halt auch noch, also, weiß ich nicht, also, wird schwierig, sage ich ehrlich, aber wer bei der Ballon d'Or war, aber ich glaube, er wird sich die Europameisterschaft gönnen, England, äh, wieder nach ganz oben führen und, äh, am Ende des Tages, glaube ich, wird England dieses Mal auch ein verdienter Sieger sein, nicht so, wie es 2021 gewesen wäre, wenn England das Ding gewonnen hätte, ich glaube, da war, glaube ich, ganz Deutschland für Italien oder so, ähm, ich glaube, da waren sehr, sehr viele Menschen plötzlich Italiener, äh, Italiener, italienische Partisanten, ähm, in dem Finale, ich glaube, bei diesem Turnier würden viele sagen, okay, Portugal, 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 aber ja, ich glaube, die Engländer werden das machen, und ich glaube, diesmal ist es soweit, dass die Engländer sich den Titel holen, ähm, natürlich, als Deutscher, ähm, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn die deutsche Manzernalmannschaft natürlich mehr als nur das Viertelfinale erreicht, ich glaube es aber tatsächlich nicht, ähm, wie gesagt, ich bin da nicht überzeugt von der Mannschaft im Ganzen, es sind schon sehr viele Spieler drin, wo ich sage, jo, die haben sich das verdient, unter anderem natürlich ein Maximilian Mittelsteck, Chris Führig, äh, Dennis Undorff, die mit Stuttgart überragend gespielt hat, natürlich auch ein Florian Wirtz, Jamal Musiala, ähm, ja, aber bei mir hängt es so ein bisschen bei manchen Stellen, und, ähm, ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig, ähm, vor allem, wenn wir dann auf, sagen wir mal so, auf eine von diesen vier Ländern treffen werden, weil da darfst du dir halt keine Fehler erlauben, die wir gemacht haben, gegen die Ukraine oder auch gegen Griechenland, da sind Fehler wirklich einfach verboten, weil die nutzen das aus, und das ist einfach so, die werden nicht irgendwie, äh, den Ball nochmal ins Abseits spielen, oder nicht nochmal eine Chance verballern, das ist nicht so, dafür haben sie zu gute Spieler in ihren Reihen, die das ausnutzen, klar, natürlich, wenn man jetzt sagt, oh ja, Portugal, hm, ja, wir haben gegen Portugal eine gute Bilanz, aber wir kommen ja auch erst im Halbfinale gegen Portugal, wenn wir beide Gruppenerster werden, ähm, selbst wenn wir dann im Finale stehen, dann sage ich euch garantiert, also, einer von diesen beiden Mannschaften dieses Mal, diesmal bin ich da 100% der Meinung, wie beim letzten Mal auch, eine von diesen beiden Mannschaften wird da drin stehen im Finale, ja, das ist, das ist mein, wirklich mein Tipp insgesamt, weil diese beiden Mannschaften sind die stärksten in Europa, die zwei hier, ja, das ist schon, wenn das ein Halbfinale ist, ist das das vorgezogene Finale, das ist einfach so. Die sind beide so gut aufgestellt auf, äh, jeder Position, ich frage Frankreich, was die alleine zu Hause lassen, das, äh, glaube ich, wünschen sich manche Deutsche in unserer, also, ich würde mir das wünschen in unserer Nationalmannschaft, so, was die an Qualität zu Hause lassen. Ähm, da sind wir im Moment ein bisschen hinterher, vielleicht wird's was bei den nächsten Veranstaltungen, aber ich glaube hier, äh, bei uns im eigenen Land, wir werden gut weiterkommen, wir werden jetzt uns nicht in der Gruppe verabschieden, wie bei der letzten WM oder auch im Achtelfinale raus, das glaube ich nicht, aber ich glaube im Viertelfinale ist Schluss, äh, spätestens im Halbfinale, ähm, und, ähm, ja, dann ist es halt so am Ende des Tages, wenn wir Weltmeister, wenn wir Europameister werden, genial, äh, wenn nicht, ist aber auch so. Ich glaube, natürlich sollte es das Ziel sein, aber ich glaube nicht, das ist genau das Problem beim DFB, das ist halt nicht das Ziel dieses Jahr, deswegen. Ähm, könnt ihr gerne eure Einschätzung mal in die Kommentare reinhauen, wie ihr das Ganze seht, ähm, ob ihr mir recht gebt, ob ihr mir nicht recht gebt oder was auch immer. Ähm, sonst würde ich mich verabschieden, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in einem ähnlichen Video vielleicht nochmal, weil es kommt noch was zur Europameisterschaft und dann würde ich sagen, ich bin raus und tschüss!